Hallo, na, alles Banane? Nein. Liebe Kinder, ich habe gehört, ihr seid so vorbildlich, ihr seid Weltmeister, wo sich jeder Erwachsene wirklich eine Banane abschneiden kann. Okay, und weiter so. Vorbildlich im Hygiene, im Händewaschen. Ihr macht alles untereinander so toll. Jetzt noch eine kleine Quizfrage. Wohin bringen Bananen am Morgen ihre kleinen Kinder? In die Chiquita. Ja, okay, alles klar. Und weiter so. Ich werde euch weiterhin loben. Euer Martin Selbergen.